so schade gut dann werden wir jetzt in den letzten leeren raum ach so hat halt ganz gut verpeilt dass ich ja nicht zurückgehen kann oh komm hier nimm's Sasan die Zecke no no oh hi wir haben keine Bombe mehr schade egal Sasan Boss sollte easy peasy sein okay du bist ein Arsch ich mag ich nicht ich hab wieder 99 Schlüssel wer kommt jetzt eigentlich wer bist du Loki in 2 lustig ich setze es einfach mal ein alter wir gehen rasieren ja und läuft ok range up ne tier up endlich yo zum Schluss kommt das item der items sacrifice nö ignorier ich jetzt scheiße drauf so bomb 2 jetzt kommt Mams Heart jetzt oh was das hatten wir noch nicht tier up oh yeah baby ich hab wieder den monstrous Zahn nicht eingesetzt das vergesse ich immer einfach so beim Boss egal bei Mams Heart werde ich es tun guckt euch das an boah mit Homenshots ist das nice gut der Match ist jetzt nicht so krass ich mein zum Glück haben wir es Peck genommen weil äh sonst ich mein klar das tier up gleicht das Damage so oder so aus aber ein bisschen mehr Damage wäre trotzdem nicht schlecht eigentlich für yo tier up eine Pille einmal ein item dann auch noch Cancer jetzt kann uns nichts mehr aufhalten wäre lustig wenn ich jetzt sterben würde oh was ist das tier up ja nice alter jetzt übertreibt halt zum Ende hart bleib halt an derselben Stelle ist ok nehme ich es so hin ja die Range passt auch ja doch also jetzt sind wir eigentlich fast ja jetzt so kann es bleiben so kann es alles bleiben Boss könnten wir direkt gehen Hammer will ich aber nicht oh hallo ist immer schlimmer wenn man sowas zweimal hat hier mit verschiedenen Angriffsmuster an Herzen fast voll ähm was mache ich ich weiß zwar nicht ob wir jetzt mehrere naja doch ok ja doch habt ihr gesehen das lohnt sich auf jeden Fall ok jetzt lohnt sich sowieso damit wir mehr wegreißen gut wir können äh nach dem Geheimraum gucken können egal hallo ah das war falsch oh mein Gott egal wir brauchen die Bomben ok hi Sacrifice nein das ist ja der Sacrifice Room der andere ist ja der andere heißt der anders wie der heißt weiß ich nicht könnt ihr in die Kommentare schreiben wenn ihr es gerade mal wisst wow hi Bomben Bombe 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 so ja sorry dass ich das jetzt öfter mache aber es kann sich halt lohnen versteht ihr es kann sich doch durchaus das war das ist jetzt blöd gesprengt scheiße ja nicht um also nicht blöd wir haben uns na egal ja bis jetzt ich darf sowas sowas ist jetzt nicht dramatisch weil nice puff puff Geld nimmst du her half up tiers up nehme ich alter ich glaube wir können jetzt ab einer bestimmten Zeit mehr bekommen das ist auch so ein Girl ich hasse diesen Boss also generell den Typen hasse ich das ist ein Mini Girl da guckt es euch an ich meine wir sind jetzt schnell genug um ihn ausweichen zu können außer in solchen Situationen da geht es halt mal nicht ja wir gucken jetzt einfach vielleicht ist er da nö aber wir haben sogar noch eine Bombe sehr schön puff was ist das range up yeah bitches gehen wir gleich zurück nanu willst du dein Geld nicht haben lieber Bettler oder wasst du da los komm hol's dir schade ach du heiliger ihr gleich mal zwei aber ganz ganz klein what the fuck bestand ich sehr schön sehr schön wir haben noch ne wir haben keine Bombe mehr ich dachte gerade wir hätten noch eine ah hi ja okay cool auf Miet mach deine Arbeit bam 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 puff nein ich hab dir das Geld geklaut schade oh du ja schade dass wir nicht für dich haben jetzt oh ja ein bisschen crazy seid ihr aber langweilig ja diesmal leckt es nur ein ganz bisschen aber das ist okay das ist okay das liegt nicht am System es liegt an Flash ach ach Loki hi wie wir ihn rasieren seht's euch an und ich hoffe wir haben uns gerade nochmal beschützt alter ich gucke jetzt nur auf Loki wie er rot aufleuchtet wie ein Weihnachtsbaum ah Arschloch ein weisses Herz mehr ja schade dass ich für dich echt nix hab ey boah der hätte uns noch so ein Twist Item gegeben wahrscheinlich noch irgend so ein krasses Damage Bam Himmels irgendwas das Sekretar das wär's natürlich mit diesen Tränen Sekretar das wär haben wir ich sag's euch so was jetzt das war's ja das war's oh ja bisschen Damage hier passt ja da ist wir keine Bomben haben bam 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 wir rasieren aber ja richtig alter das ist so fett man guckt euch das an putz wow heiß hi ach jetzt bleibt das Herz sogar unten und schießt mit tollen tiefen Bomben um um uns um sich und tot der Willrum äh ja nehmen wir Quart Quart jetzt ein bisschen mess man hey hatten wir nicht schon oh mein Gott wir könnten zum Devil gehen ne Leute wisst ihr was wir gehen zum Devil ja komm komm alter also ich glaube ob wir da noch ja doch alter Leute Hammer gut der Run zieht sich doch etwas länger als eine Stunde ja äh generell die ganzen Runs ging jetzt immer also seitdem wir bei Moms Heart angekommen sind immer so eine Stunde äh aber jetzt alter das ist cool das finde ich nice komm auf den kann ich jetzt scheißen oh oh na scheiße muss ich jetzt ein bisschen mal aufpassen ich werde es doch verkacken wenn wir mal in den Chess gehen können dann wäre es vorbei gewesen ne aber warum nicht das lustige ist einfach guck dich an die Tränen fliegen so um die rum hey du bist so schnell wie ich man alter also nicht dass das jetzt ein Fehler war hier rein zu gehen aha wir haben doch schon einen unendlich Schlüssel man ist euch scheißegal alter so jetzt konzentrieren wir haben jetzt paar Heizen verloren ne nicht so schön okay wir kriegen eins wieder passt so komm den Teufel schaffen wir jetzt ah scheiße fuck gibst du mir was full health oder so ah schade Leute ich sag so viel Sprechen jetzt noch oh oh wir sterben komm elf sein sie ist komm komm liberty ne ja scheiße es war doch vielleicht dumm hier jetzt hier rein zu gehen ich hab gedacht ja komm packen wir oh fuck oh fuck ganz ruhig ach du scheiße keine Sorge trinket justice ja okay ein halbes rotes Herz ganz ruhig wir dürfen nicht vergessen wir laufen immer noch wir haben eine knappe lang gefliegen joo mach halt schade gibt es nichts mehr okay das ist ein scheiß Raum oh fuck scheiße das war's oder also ich glaub das schaffen wir nicht mehr schade da hab ich da hab ich ja da hab ich äh zu viel von mir oder von diesem Run erwartet sagen wir mal so jetzt wie auch von mir ich bekomme einfach viel zu schaden darf so nichts sein warum wir auch immer gerade eben das halbe Herz da das blaue Herz bekommen haben keine Ahnung aber ich glaub das ich glaub das war's jetzt joo jetzt kommt Loki ein bisschen konzentrieren vielleicht geht's ja okay weißes Herzchen das könnte alles noch etwas drehen alter Loki war halt auch ne mit deinem Scheiß ich bin jetzt sehr konzentriert man merkt es mit ganz viel Glück schaffen wir jetzt noch oh fuck ich da gerade keinen Schaden genommen hab Respekt Alter gibst du mir was? nein schade wow nein scheiße schade egal ich lasse ihn trotzdem hoch wir haben ja die Mama sich für sich geschafft guter Kill in der Statistik zählt nicht ist mir aber egal ja das war der Versuch in der Hölle zu schaffen aber dafür bin ich scheinbar noch nicht bereit deswegen haut rein bis zum nächsten Mal tschuss tschuss Untertitelung des ZDF, 2020